So wie ihr hier seht, haben sich einige von den Puppen oder Raupen oben am Deckel quasi an diesem Fliegenkitter festgemacht. Hier seht ihr drei fertige Puppen. Eine Raupe, die noch abhängt und eine Raupe, die schon seit einigen Stunden nur dieses kleine aufgeplatzte grüne Teil aufweist. Also es sind zwei, ich weiß nicht, ob man das ganz einigermaßen erkennen kann. Handelt sich da um zwei Raupen auf der linken Seite. Ich gehe mal davon aus, dass die Raupe, wo das nur aufgeplatzt ist, die hier seit Stunden rummehrt, wahrscheinlich nicht mehr sich voll entwickeln wird. Aber ich lasse sie einfach mal hängen und wir schauen mal und geben mir einfach eine Chance, vielleicht klappt das ja doch noch. Ihr könnt ja alle die Daumen drücken.